So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses, der Dicke und ich wollte eigentlich gerade den Adi füttern, da ist mir was aufgefallen. Er verfolgt mich nämlich schon den ganzen Tag und hat Hunger. Der frisst wie ein Schlosshund. Ne, der friert wie ein Schlosshund. Dann frisst du halt wie ich, genau. Ihr habt recht, ich nicht. Der hat auf jeden Fall nichts mehr da. Normalerweise gehe ich dann immer in mein Schränkchen, wo ich immer den Streu davor stellen muss. Weil wenn der Streu nicht davor steht, ist die Tür immer halb geöffnet. Die hat er nämlich schon kaputt gemacht, weil er weiß, dass da immer sein Essen drin ist. Und wenn man das dann aufmacht, hat man eigentlich hier die zwei Kartons stehen mit Feuchtnahrung. Und die sind leer. Ich habe gestern den letzten weggeschmissen und dachte, da hinten steht noch einer. Steht aber nicht. Jetzt habe ich nur noch trockene Nahrung. Die hält schon seit 200 Jahren, weil der kaum trocken frisst. Aber ich habe was gefunden. Und zwar das hier. Und das habe ich damals von Amazon geschickt bekommen. Da steht sogar hinten Adresse und alles drauf. Also die haben das damals per Post. Kam das einfach so an. Wurde einfach geschickt. Ist ein Probierpack. Leckere Überraschung für ihre Katze. Gratisprobe von Iams Nature Rally. Nature Rally? 100% vollwertige Katzen-Nahrung. 1,9 Stiftung Warentest. Das wollen wir jetzt mal aufmachen. Hier steht auch was dabei. Da könnt ihr euch anmelden, abmelden. Sonst was. Keine Ahnung. Mehr Gratisproben erfahren. Au! Auch Adi? Vor die Schranktöne in die Schnauze. Nein! 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 Und jetzt wollen wir die mal aufmachen. Und wollen sie mal dem Adi füttern. Und mal gucken, wie ihm die schmeckt. So. Dafür baue ich euch jetzt mal kurz hier hin. Ungefähr so. Machen das mal hier runter. Machen das mal jetzt auf. Holen das jetzt mal hier raus. Da haben wir auch sogar noch ein Zettelchen dabei. Iams Nature Rally. Ohne Zusatz von Aroma oder Konservierungsmitteln. Das wäre schon mal nichts für mich. Mit Omega 3 und 6 für gesunde Haut und schönes Fell. Enthält Ballaststoffe für eine gesunde Verdauung. Protein fördert den Aufbau und Erhalt einer kräftigen Muskulatur. Ich glaube, vielleicht sollte ich das essen, statt der Adi. Wir hoffen, dass Ihnen und Ihrer Katze die Probe gefallen hat. Ich glaube, ich soll es wirklich selber probieren. Teilen Sie Ihr Feedback zur kostenlosen Produktprobe auf bla bla bla. Wenn Sie mehr über Iams erfahren möchten, dann besuchen Sie einfach bla bla bla. Amazon. Hattet ihr auch schon mal sowas? Hat euch Amazon auch schon mal einfach sowas zugeschickt? Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe mich denn nirgendwo angemeldet. Vielleicht, weil ich mir irgendwie Katzenspielzeug oder einen Kratzbaum oder irgendwas geordert hatte. Haben die das einfach geschickt. Das ist jetzt hier mit Wüff New Zealand Lamm in Gravi. Also ein graviertes Neuseeland Lamm in der Tüte. Das andere, wenn du das aufmachst, ist immer sehr in Soße. Das ist jetzt halt einfach irgendwas. Ohne Soße. Und vor allem halt nicht wirklich viel. Adi, was essen? Adi, geh hin, friss. Wie er in dieses Schälchen reinschnauft währenddessen. Ja, brav. Und wie schmeckt es? Ich tue mal das hier weg. Dann können wir jetzt Adi, ASMR machen. Ungefähr so. Ist doch gut. Lassen euch einfach mal da stehen und lassen euch jetzt zugucken, wie der Adi frisst. So, bitteschön. Und wenn ich dazu aber ein bisschen rude. So, aber... Bohe. Willst du mal da gehen? Bohe. Ich habe mich sehr, 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 sehr gut gemacht. So, jetzt habe ich noch ein paar Sachen gemacht. Okay. Okay. So, ich glaube, ihr könnt euch jetzt wieder hier wegnehmen, dann machen wir mal wieder hoch. Also aufgefräsen, mit Stoni kann einpacken, die Gewurst, es ist noch ein bisschen was in den Rändern übrig, jetzt schlecken, schlecken, schlägt dein Gesicht, ja, 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 Schnurzchen, 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 ähm, was mir aufgefallen ist, dass das einen ziemlich starken Eigengeruch hatte, das was er sonst immer kriegt, wir füttern ihm ja eigentlich immer nur das Ja aus dem Rewe, das frisst er halt, keine Ahnung, ja, es ist das günstigste Ramses, ne, aber wir haben hier mal das anderes hingestellt von Whiskas und Zeugs, da geht er hin, riecht und dann geht er wieder weg, dann geht er wieder hin, riecht, geht weg, dann musst du immer noch irgendwas anderes draufpacken, dass er das überhaupt isst und beim Ja geht er hin und frisst, zack, wahrscheinlich liegt es an den Konservierungsstoffen. Das Ja hat aber komischerweise kaum Eigengeruch, ich finde, das packst du in die Schüssel und das war's, das willst du in die Schüssel packen und jetzt kommt der ganze Mock hoch und ich denke mir, boah, ist das kräftig vom Geruch für ihn vielleicht deswegen extra deliziös, aber, ich weiß nicht, ist halt nur so eine kleine Portion, da bräuchte er jetzt ja wieder vier, fünf Beutel am Tag, damit er zufrieden ist, das hält nicht lang, ich glaube spätestens in der Stunde hängt er wieder da und beschwert sich, dass er Hunger hat, ne, da sitzt er, so, keine Ahnung, habt ihr auch schon mal so eine Amazon Gratis-Packung bekommen an Katzenfutter oder irgendwelche anderen Gratissachen, es gibt ja bestimmt nicht nur Katzenfutter, vielleicht schicken die auch manchmal so irgendwelche Gratis-Proben, Gratis-Kondome, hier bitteschön, wenn's euch gefallen hat, gebt Feedback ab, wenn nicht, schickt's wieder zurück, ja, mein Kopf ist leer, ich hab keine Ahnung, was man da noch machen kann, fand ich auf jeden Fall cool, hab ich jetzt einfach eine Zeit lang hier im Schrank verstaut, zum Glück hab ich das jetzt noch da gehabt, ich muss nämlich erst wieder Katzenfutter kaufen, das war ein kleines ASMR-Video von Adi, warum nicht, kann man mal machen, muss ja keiner gucken, ansonsten war's das von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, und euer komisches, I am Major Rally, und so schaffen sie's, ohne dass man angeworben wird, Werbung für irgendein komisches, schäbiges Produkt zu machen, dass man doch irgendwie Werbung für ein komisches, schäbiges Produkt macht, aber, würde ich jetzt nicht unbedingt kaufen, ne, aber Gratis kann man das ja mal mitnehmen, beste Werbung ever, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Schlick dein Mäulchen, schläg dein Mäulchen, schläg, 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 ooooh, 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 ja gut, ich lass es sein, hm. Bis zum nächsten Mal.